Viel Freude und Elan hat sich nun aber unser Act vorbereitet. Der Chor der Volkssolidarität. 32 großartige Stimmen sind heute vor Ort. Vielleicht sind es auch mehr, vielleicht sind es auch ein paar weniger, aber 32 ist aber eine schöne Zahl. Und das Schönste an der ganzen Geschichte ist, diesen Chor gibt es schon unfassbar lange, nämlich mittlerweile 25 Jahre. Sie feiern ihr 25 Jahre bis Jubiläum dieses Jahr. Und da Sie wirklich Künstler sind, die eine ehrwürdige Begrüßung an dieser Stelle bekommen sollten, wünsche ich mir, dass Sie jetzt so richtig tosend applaudieren, damit der Chor loslegen kann. Los geht's! Und da Sie noch nicht, sondern auch nicht. Heute ist ein wunderschöner Tag, die Sonne lacht uns zur Welt. Und wie ein lichter Glockenschlag grüßt uns die lockende Ferne. Heute ist ein fest bei den Fröschen am See, Ball und Konzert und ein großes Genie. Wach, 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 wach. Komm, 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 komm. Komm, 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 okay. Und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel, Ende nach Morgen, Ende zur Leite und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel. Ende zur Windel, Ende zur Hölle, das machen wir bis morgen früh. Denn heute ist ein schöner Tag, wir feiern ihn noch nie. Der war für uns sehr beschmerlich, nicht wegen des hohen Alters, sondern wir hatten nicht genug Boote zur Verfügung, um hier an Land zu kommen. Echt kompliziert, wir mussten die Pferde nehmen, stimmt? War nicht so leicht. Wollen wir mal anzählen, was wir hinter uns haben? Na los! Wir reiten, wir schwindeln durch Feld und Wald, wir reiten bergab und bergauf. Und fällt der vom Pferde, so fällt der Gelinde und flettert, der hängt wieder auf. Es geht über Stock und Stein, wir drehen mit dem Hosse die Tüde und reiten im Sonnenschein. So schnell, als hätten wir Flügel. Heißer Husser, über Stock und über Stein. Heißer Husser, und nun zum Stein hinein. Liebe Gäste, wir alle hoffen, Ihnen mit unseren Darbietungen etwas Todesfall in Ihren Alltag gebracht zu haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie das weiter. Oft hilft die Musik, die Sorgen im täglichen Leben zu vergessen. Wenn der Morgen kommt und die letzten Schatten vergehen. Schon die Menschen, der Ferrar hinauf zu den tolligen Höhen. Und ich auf, wo der weiße Pondor so einsam zieht. Der Brust an die Sonne wegklingt, der altes Lied. Der Brust an die Sonne wegkommt, der altes Lied. Das war ein ganz, ganz großartiger Auftritt. vielen, vielen Dank dafür. und die Worte haben tatsächlich bei mir Gänsehaut ausgenutzt. Also nochmal wirklich einen ganz, ganz großen Applaus.